ich grüße sie liebe zuschauer zum jfd live trading tv am heutigen morgen 17 märz und wir möchten mal wieder den dax beleuchten natürlich im rallye rausch unser guter index der sich hier ja von einem rekord auch hoch zum nächsten schraubt bzw schraubte denn wie wir unlängst sehen haben wir heute mal seit längerem negative vorzeichen zu vermelden und schauen wir uns direkt mal hier im stundenschart intervall an wir sehen hier die euphorie zum gestrigen handelstag mitsamt ausbildung neuer höchststände oberhalb von 12.200 punkten seither der index hier in der 24 stunden gfd indikation seitwärts ausgerichtet wir haben hier auch diese untere trendlinie dieses trendkanals jetzt gebrochen obacht geben schräge trendlinien dienen hier viel mehr schräger natur denn wenn wir auch hier jetzt eine trendlinie noch mal ein zeichnen wird klar dass hier diese auch gebrochen werde wäre insofern bereinigen wir den chart mal ein wenig von diesen trendlinien die jetzt hier ihre relevanz verloren haben und wir orientieren uns hier viel mehr an klassischen markt technik price action punkten und da kommen wir dann hier schon ein stück weit weiter bzw näher ans geschehen heran interessant hierbei dass wir diese obere deckelnde trendkanal linie die sich hier schon ja seit dem mitte februar etabliert hat hier unlängst noch mal touchiert hatten und hier nicht drüber rausgebrochen sind das ist ganz interessant um dass ich die linie einfach mal drin im chart sozusagen als deckelnde schräge trendlinie wenn auch diese ihre relevanz verliert was wahrscheinlich anzunehmen ist dann früher oder später dann muss man natürlich auch hier eine anpassung vornehmen doch wie kann es jetzt konkret erst mal weitergehen beim index wir sehen dass wir aktuell in der konsolidierungsphase stecken soll nicht bedeuten dass jetzt der große bärenmarkt ausgerufen werden sollte denn übergeordnet und gerade saisonal das haben sie vielleicht jetzt auch schon erhascht in dem blick der start sequenz saisonal das wissen sie wenn sie die letzten sendungen gesehen haben sind wir hier insbesondere während des märzes und jetzt auch während der nächsten 90 120 handelstage hier durchaus bullisch unterwegs das ist eine sehr sehr bullische marktphase in die wir reinlaufen aufpassen was dann hier im märz noch passiert märz teilweise als umkehrmonat auch bekannt dann kommt hier der mai sell and may go away auch den spruch kennen sie aber dann kann es hier rein saisonal sogar noch mal einen schub in den juni geben so dass der letzte bär hier praktisch das handtuch wirft und verzweifelt das parkett verlässt und ja wenn dann praktisch der taxifahrer die friseuse oder auch möglicherweise ihre schwiegereltern oder eltern plötzlich sie fragen ob sie denn nicht aktien kaufen sollten dann ist es vielleicht an der zeit mal mit einer größeren gegenbewegung zu rechnen doch dies aktuell eben nicht zu sehen insofern bietet es sich nach wie vor an immer wieder rücksetzer am markt einzusammeln der markt ist überhitzt keine frage wir sind hier in einem gewissen extrema doch trendbewegungen sind eben intakt wir hatten in der vergangenen woche am us-markt das hatten wir auch gestern noch mal analysiert am abend die tendenz dass es hier möglicherweise eine korrektur geben könnte die ein stück weit stärker ausfällt also die überfällige gegenbewegung diese wurde mit den gestrigen performance aufschlägen in in anführungszeichen relativiert der markt schoss eben nach oben hat hier die vortagestiefs sozusagen nicht bestätigt die vortagestiefs vom freitag und das bedeutet im prinzip dass du als amerikanischer markt auch wieder bullisch einschwenkt dann haben wir mittwoch noch die fed die eigentlich auch bislang in der jüngsten vergangenheit immer wieder positiv beflügelte man muss eben abwarten was da noch mal für eine windrichtung kommt aber rein tendenziell ist es eigentlich eine positive aussicht für den auch deutschen markt wenn jetzt die amerikaner wieder anziehen sollten und für den dax heißt das im prinzip dass es rücksetzer sofern sie denn kommen wie es sich heute eben andeutet hier zum einstieg genutzt werden sollten auf stundenbasis ich habe ihn gerade mal hier ein stück weit das aufgezeigt auch mit dem fall wären rücksetzer in richtung 12.025 durchaus eine interessante zone auch hier im zuge dieser jetzt justiert den aufwärts trendlinie hier zum zuge zu kommen ich kann mir aber wieder mal fast nicht vorstellen dass der dax uns den gefallen tut so tief zurückzusetzen wir sind hier am daily pivot point 12.094 wo bemerkt anhand der jfd 24 stunden indikation das ist ein level wo man mal darauf achten sollte insbesondere auch hier weil es mit der marke von 12.100 punkten zusammenhängt wenn wir hier runter gehen gerade 12.100 signifikanter auflösen sollten ja dann kann man durchaus damit rechnen dass der dax mal stück weit durchschnauft warum denn nicht dann hier wie gesagt eine sehr sehr interessante marke um den dax wieder einzusammeln denn das bild ist weiter auch wenn wir überhitzt sind keine frage weiter bullisch das sind auch hier an der rsi oszillation oder besser gesagt am rsi oszillator hier in 14er periodeneinstellung auf tagesbasis wir sind hier gnadenlos überkauft aber in trendmärkten haben oszillatoren große schwächen und da kann es eben durchaus dazu kommen dass der markt weiter steigt und die oszillatoren eben hier am oberen limit sich bewegen das ist den oszillatoren geschuldet in trendmärkten kann man sie tendenziell vergessen wir können hier noch mal den macd kurz hinzuziehen als trendfolgeindikator aber auch divergenz werkzeug da sehen wir auch hier dass der markt jetzt juist aufträgt das histogramm also hier die differenz zwischen signal und trigger linie steigt auch wieder an das ist grundsätzlich positiv zu sehen und der dax scheint hier auch wenn es heute eine schwächere entwicklung gibt tendenziell eher weiter an als absteigen zu wollen wir haben jetzt hier das ziel level 12.150 12.200 punkten mit dem gestrigen hoch touchiert erreicht abgearbeitet wie kann es denn jetzt weitergehen sie sehen hier anhand des tagescharts habe ich die pivot punkte mal noch mal aufgelegt vor dem hintergrund dass wir hier mal nach oben jetzt ableitungen treffen ich werde dann in kürze hier noch mal mit fibonacci etwas hantieren um sozusagen noch weitere ziele auszuloten aber tendenziell darf man davon ausgehen wenn wir hier jetzt nicht signifikant unter 12.000 punkte einbrechen dass es hier generell weiter nach oben geht ich werde jetzt mal hier die wochen pivot punkte ein bisschen klären so die marke mal rausnehmen und wie gesagt nächstes ziel abgearbeitet wahnsinn aber wahr und insofern jetzt nach oben geschaut hier der wochen pivot punkt erlaubt hier niveaus 12.730 punkte wieso denn nicht der dax mit seiner starken daily range derzeit kann dies durchaus leisten soll heißen der dax kann hier durchaus weiter nach oben aufdrehen und entsprechend diese niveaus abarbeiten rücksetzer wie gesagt ob der jetzt tiefer oder höher ausfällt es bleibt dabei der blaue tendenzfall ist hier weiter nach oben anzulegen dieser graue fall als alternativ plan den würde ich hier dann doch schon jetzt in dieser region ansiedeln hier unterhalb des kerzentiefs vom freitag 11.740 punkte wenn wir da runterfallen insbesondere auch hier diese aufwärts trendlinie seit februar hier mit eintauchen dann wieder in diesen trendkanal in diese deckelnde trendlinie sie sehen hier diese trendlinie die an für sich in der vergangenheit immer ein schönes umkehr level war die haben wir hier eben bereits am 11.3 überwunden pullback an dieses level jawohl aber wenn wir hier wieder zu stark eintauchen dann könnte es hier stärkere rücksetzer geben aber aktuell ist davon noch nichts zu sehen das muss man ganz klar ableiten und insofern weiter bullenreiten angesagt vor mittag in gut einer stunde wir werden es ankündigen im jfd stream werden wir uns noch mal die ein oder andere interessante aktie aus dem dax vornehmen also hier die tops schrägstrich vielleicht die flops das werden wir noch abwägen aber freuen sich dann noch mal auf einer akt auf einer jfd live trading sendung zur mittagszeit wo wir dann eben hier die einzelnen titel mal betrachten 1 2 werden wir in jedem fall in den fokus nehmen ansonsten wenn sie einen wunschtitel haben haben schreiben sie es einfach jetzt unter den letzten stream post zur jetzigen dax sendung dann können wir uns auch gern diesem widmen ich sage erstmal danke fürs einschalten wünsche ihnen jetzt noch einen erfolgreichen handelstag und bis später ihr christian kämmerer